hallo ist martin von money monkeys dass die taxanalyse für nun freitag den 19 februar 2021 damit ja auch verfallstag verfallstag im februar ja kleiner verfall steht an tatsächlich jetzt schon der wahnsinn da ist schon fast wieder ende februar dann auch an unser dax unser dax hat auf jeden fall ihren handschlag reingemacht also man hat man hat ja gesehen also dass es war kaum zu erkennen das hatten blind damit erkannt dass der auf den neuen tiefer immer wieder gesperrt hat na also wir sind auf jeden fall erst mal unter der 69 geblieben wir sind unter der 13 89 14.000 blieb wir hatten ja darüber gesprochen wenn er darunter bleibt dann kann er durchaus hier versuchen weiter zu kommen auch bis 830 bis 800 rein und der wald einfach nicht darunter immer wieder von unten das hochgedrückt richtig hochgedrückt auch also ich muss ganz ehrlich sagen nach den ersten paar kerzen die da hoch kam mich hätte das nicht gewonnen wäre gleich bis 14 50 durchgelaufen wäre also der hat das so schön gedreht unten und so eine schöne drehung reingesteckt also das war wirklich fast verwunderlich oder es war verwunderlich dass der oben gar nicht weiter rausgekommen ist so wie der sich unten aufgedreht hat also da war auf jeden fall käuferinteresse zu sehen immer wieder dann auch am ende mit einem doppel boden dabei ist oben dann raus deswegen kommt man das eigentlich relativ einfach machen und jetzt hier zum zum halt machen anders und können deswegen hier zum zum freitag jetzt sagen pass auf mein freund das hast du gut verteidigt aber wir wollen aber sehen das heißt mein freund geh rüber über die über den reiz 960 geh rüber über den reiz 980 ich glaube dann ist der weg frei der würde hier kurz rein laufen auf die 14 50 14 40 das wird zu station 1 und gegebenenfalls vielleicht sogar dann die 14 14 100 bis 14 1 20 na also das wäre jetzt durchaus erreichbar würde ich jetzt hier so ransetzen das hier oben können wir eigentlich weiter mit ziehen das ist ja das ist ja nach wie vor gültig und aktiv und auch das hier einfach noch mal alles weiter verschieben so das wäre auf der oberseite die erwartung bleibt er aber hier drückte sich wieder per abwärts geht runter so ein kleiner tiefer start ich sage mal so auf noch mal so 13 900 das wäre jetzt kein drama selbst auf 13 98 wäre kein drama sich dann wieder hochdrehen und schön oben raus schicken das würde sogar passen halten können dass ich schön durch spüren wir haben verfallstag muss ein bisschen im hinterkopf behalten 13 auch verfallen da einige sachen im dax und zum xitra schluss auch noch mal und deswegen würde ich würde ich einfach sagen hier ein bisschen wissen vielleicht das risiko im blick halten dass man nicht ganz über motiviert dran geht es ist verfallstag die sind immer ein bisschen überraschungskandidaten können aber auch mit spontanem momentum überzeugen wer jetzt davon ausgeht dass der dax weil er sich jetzt so festgezurrt hat auf dem niveau zum verfall bleiben muss muss ich auch dazu sagen das sieht man nicht immer mal oft sieht man dass er bis donnerstag so typisches verfalls verhalten hat und am freitag sich oft sogar dann löst von den barrieren wo man glaubt dass sie für ihn wichtig sind also das ist wirklich ein hinweis das sollte da ein bisschen darauf achten da muss man muss man darauf achten punkt na also dass der kann sich gut lösen so sollte der kerl sollte der kerl wieder mit xitra start und hinten raus dann deutlicher weg kippen halt also insbesondere auch wenn am nachmittag fällt muss man da echt aufpassen ja unter 850 verschwinden und so weiter der gitte macht er noch weiter und wahrscheinlich dann sogar ein stückchen tiefer als die 830 er hat sie eine doppelboten chance ja aber das wäre auch verlockend auf den pullback hier noch mal drauf zu schlagen also so eine 780 830 die zone wird dadurch ein bisschen breiter 13 830 bis 13 780 das wäre so eine kleine reaktionszone wo ich mir sehr gut vorstellen könnte und dann muss da was kommen kommt da nichts dann geht es stück für stück weiter 720 650 und sehr auf die 650 erstmal drauf so und das wäre dann für mich dass ich sag mal das freitags ziel im bärischen sinn nach und negativ sind nach und ich glaube wenn er hier steht macht er noch mal montag hoch und dann kommt hier noch mehr runter also dann geht er auch bis hier unter noch mal auf die was ist das hier 450 oder was also der der fällt sich dann einhalten wenn er jetzt am freitag scheitert das heißt für mich ist der freitag wichtig für mich ist das wichtig kann man hier seine stellung behalten man sieht ja dass käufer reinkommen und die müssen halt oben auch mal was schaffen nur unten bringt nichts deswegen würde ich hier einfach einen long trigger dran setzen da natürlich ein bisschen aufpassen nicht unbedingt gleich der erste sein insbesondere halt wenn so was auch am nachmittag dann überlaufen wird naja ich glaube der nachmittag wenn er so der erste verfallsquatsch durch ist der wird viel mehr signal fähigkeit tragfähigkeit auch haben ja punkt punkt mir ist der nachmittag einfach wichtiger jetzt am freitag halt ja ansonsten das bleibt die marken die sind gleich die wir springen die ganze zeit dazwischen her die habt ihr jetzt alle die könnt ihr alle im schlaf singen jetzt wahrscheinlich hoffe der ein oder andere träumt nicht sogar noch davon sie 13 9 60 dies wichtig 13 9 50 13 9 60 oben und unten die 13 9 80 bis ich sag mal 13 8 60 im weitesten 13 8 50 na da spielt so die musik das ist kleine range da hat es festgefahren da muss er jetzt raus unten oder oben weitermachen von der route her wäre das noch unten aktiv aber da würde ich mich zu viel leine mehr geben also wenn der den wenn der hier über die 8 60 drüber macht nämlich 8 60 69 ist das wenn du die 69 drüber macht ich glaube dann geht er an die 14 40 und wenn er sich doch gut anstellt kann er hinten raus auch ein bisschen mehr schaffen halten also haben wir jetzt hier auch zwei etwa zeitlich auch gleich lang ausgeprägter wellen stehen das ist schon für mich die das fertig aushalten er muss gar nicht hier runter muss er nicht das reicht für mich eigentlich für mich würde das reichen der sich jetzt oben bis mühe gibt können wir schon vorstellen dass er hier wieder zurück in die positive positive marktlage reingeht und ansonsten haben hier unten die punkte fertig da haben wir jetzt so so oft schon drüber gesprochen das hat sich alles nicht verändert er steckt ja auch noch genau in der bewegung drin mit dem unterschied dass ich halt einfach sagen muss da kommt mir zu viel einhalten wird zu viel gekauft immer wieder auf den tiefs irgendwann klackt das ding die jungs genug gekauft hier wir brauchen sind nicht wieder zurück rutschen lassen und drücken nach oben weg oder oder man dreht sie halt wenn man geht die käufer raus aber dazu muss ich glaube ich den bereich sprechen halt einfach mal das ist dass das wird vorher nicht gelingen und dann wird es unten auch schmackig und dann läuft er auch weiter weil dann die hier die ganzen käufer die hier rein sind sie sind das ist ja dann alles last die sie die tragen dann die tragen dann schieflagen und die müssen sie irgendwo abbauen dann wenn der hier das bricht dann kann man die nächsten tage auch die rückläufe wieder shorten richtung hier sowas halt tiefer sogar tiefer sogar hier so dem bereich halt na wo muss erst kommen solange das nicht kommt ist für mich die 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 lage noch positiv hier na also chartlage eher noch positiver bereich mit eher der chance aufzudrehen ja ich will von ihm das sehen dass er das unten kaputt macht und dabei hat er sich am donnerstag nicht nicht dolle nicht dolle gut in szene gesetzt also ich würde fast sagen das war ihren punktsieg für die bohlen für die vorlage die wir nach unten haben neues tief bekommen er ist nicht hingekriegt das nicht halten können für mich ist es eher fast sogar ein punktsieg für die bohlen aber wir sind noch in der abwärtsbewegung und wenn ich würde es deswegen einfach an den bereich machen wenn der hier runter dreht gerne auch noch mal ein stück tiefer aber ich wäre vorsichtig wenn der jetzt anfängt höhere hoch zu bauen natürlich kann man gut vorstellen dass wir da wieder reingehen wir können kommen kurz den tageschart reingucken und dann können wir analyse auch schon zu machen hat jetzt auf mittleren ballen band eine doji kerze gebaut also es ist eine uneinigkeit eine unsicherheitskerze der markt ist nicht stimmig will er hoch will er runter soll er hier drehen soll er nicht drehen ist eine grüne tageskerze geworden das heißt er hat höher geschlossen als er reingekommen ist das ist eine abwärtsbewegung immer so ein es nimmt halt einfach momentum raus so und das kann dann in dem sinne auch schon eine vorlage werden für eine kleine umkehr gut okay dann brauchen wir hier auch gar nicht mehr sprechen interessant wird es in dem sinne wenn er das dann endlich mal irgendwann oben rausgetragen kriegt sich nachhaltig über die 14.000 auch gestellt wird da stelle sich zurzeit ganz schön kneten dämlich an hier und hier unten das bleibt dabei wenn die alte sieht man hier auch wunderschön was wir im zwei stunden chart gerade angesprochen haben wenn der die 800 fällen lässt hier ist nicht viel das ist leicht durchlaufbar dann dieses ganze bereich hier bis 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 13 4 xxx na also der kann ja hier kann er schon durch gerade durch halt na und da muss ein bisschen aufpassen da muss ein bisschen aufpassen wenn der bereich hier kippt und solange das ist für mich auch so die schwelle hier drüber ist für mich noch positiv pullback und und ab die luci richtung 14.400 und mehr und hier drunter wird es für mich dann negative short negative marktlage das wäre dann auch so punkt wo wir zum beispiel unsere lisa dann wieder verstärkt auf der shortseite einsetzen die jetzt hier momentan eher auf der langen seite ihre chancen sucht halt einfach für die chartlage das so vorgibt gut freunde wer kann ich hier euch nicht zum besten geben dann wünsche ich euch gutes gelingen viel erfolg einen guten freitag und schon mal ein schönes gutes wochenende ein gutes wochen sagt man das auch ein schönes wochenende erholt euch gut nächste woche dann spannend wenn ein verfall weg ist geht es dann auf großen märz verfall zu das sind das da kommt manchmal eine ganz gute strecke noch mal zusammen ja also da kann man sich wahrscheinlich freuen wird dann das geschieht ein bisschen auf hier kommt mal ein bisschen mehr momentum dann wieder rein halt wenn ich das hier so angucke möchte nicht ausschließen dass es nach oben kommt hier zack 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 das würde schon noch passen wir gucken mal wieder freitag sich zeigt und dann sind wir schon schlauer für den montag rein alles klar ich wünsche euch was viel erfolg wir hören uns morgen wieder sonntag abend bis dahin tschüss ein paar seien die 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 Vielen Dank.